ja freunde herzlich willkommen zu einem neuen batterie video es gibt heute die tiger king die barbys boy extreme terror und die purple haze der gute street fire worker hat sie noch bekommen und lässt mich jetzt mit filmen auf geht's so jetzt tiger king von albert so So, dann machen wir jetzt die Barbies Boy, 48 Schuss, 33 Sekunden, 20 und 24 Millimeter, 486 Gramm NEC. Guck auf die Fächerung. Guck auf die Fächerung. Machen wir jetzt weiter mit der Xtreme Terror, 48 Schuss, 486 Gramm, 20 und 24 Millimeter, 33 Sekunden. So, Leute, und jetzt bin ich gespannt auf die Purple Haze, 20 Millimeter, 100 Schuss, 905 Gramm in 56 Sekunden. Die sollte jetzt auch nochmal richtig hämmern hier. Guck auf die Fächerung. Vögel Xtremeist. Vögel Xtremeist. Zappro., anstrumbe ich deinem Beschluss. Rögel Xtremeist. Now, Sie können richtige swearer, 20 Minuten Ejper Gernos. Vielen Dank.